Willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Revival, zusammen mit dem Julian... Jo Mai! Minecraft Jo Mai! Ja, Leute, wir haben seit letzter Folge hier einiges ausgebaut. Wir haben unser Haus hier richtig vergrößert. Ich finde, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben das hier mit den anderen Häusern einfach zusammengebaut hier und ich finde, das sieht richtig geil aus. Wir haben hier... Das ist schlecht. Also Julian hat die innen Richtung ein bisschen übernommen und ich die außen in Richtung. Und ich finde, das sieht echt geil aus von außen. Wir haben sogar oben einen Dachgarten, so zu sagen. Da können wir noch irgendwie so Wasser oder so reingeben. Genau, genau. Und hier haben wir alle Lagerfeier, die es gibt, ja. Einfach aus dem Grund, weil ich habe keine Ahnung, was was bringt. Es gibt nämlich hier Mod verschiedene. Genau, warte. Ich kann das mal anzünden, aber ich glaube, es lohnt sich nicht, weil wir haben eh jetzt gerade... Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Das andere... Oh, warte mal. So. Aber mit dem musst du immer nachfüllen. Mit Spruce Wood. Oh, ich... Ich hole kurz Wasser. Sekunde. Ich hole kurz Wasser. Egal. Jedenfalls... Oh stimmt. Füll einfach Wasser auf, man. Flo, hier draußen frieden wir schon alles irgendwie. Ja, es kann sein. Warte mal. Ich schau mal, wo ist denn meine Uhr? Oh, ich seh's. Wir haben schon späten Herbst hier. Und bald Winter. Okay. Ey, voll geil eigentlich hier mit den ganzen Jahren. Oh, lol. Was denn? Das ganze Wasser ist schon eingefroren. Schau mal. Hier. Ja, ja, ja. Und der Fuchs ist immer noch mit der komischen... Mit dem Vieh hier gefangen. Aber, okay. Wir haben auch schon gelernt, dass wir nicht mehr Wespen in den Häusern spawnen sollen. Das ist nicht gut. Oder da sind irgendwie Zombies. Zombies sind auch relativ böse. Genau. Ich persönlich weiß immer noch nicht, was die ganzen Maschinen hier jetzt genau machen. Ah, war ja. Ich hab da was. Es gibt nämlich ein Fass für irgendwas. Es gibt noch viel mehr. Aber schau. Bei dem hier kannst du... Ich weiß jetzt gerade nicht wie. Was ist das nochmal? Genau. Wir brauchen noch so eine Blade. Das ist so ein Stonecutter. Kannst du eigentlich so eine Blade... Wups. Schau mal mit, Julian. Es gibt da hinten richtig viele andere Sachen. Warte, wo war das? Dann kann ich nämlich so eine Blade machen. Schau mal, schau mal, schau mal. Da ist so ein irgendwas. Was ist das? Wo bist du denn? So ein komischer Zettel in der Kirche. Das ist ein Job. Das ist ein Job für einen Villager. Okay. Komm mal mit. Schau mal. Da ist alles. Alles, was man, glaube ich, nur brauchen kann. Der ist so ein Wizard-Ofen, glaube ich. Erstmal muss ich den Villager killen. Dann gehört das alles. Wizard Forge. Alter. Was ist das? Du kannst bei dem Obsidian schmelzen. Das dauert 24 Minuten. Ich kann das jetzt nachschauen. Dann kriegst du Obsidian Bloom. Und das kannst du dann bei dem Ironclad Anvil zu Shards machen. Und dann kannst du die Obsidian Sachen machen. Was ist das hier? Okay. Ja, hier ist es nochmal. Und mir ist kalt. Oh, warte mal. Ich muss Lagerfeuer. Oh mein Gott. Lol, Flo. Hier kann man Dirt zu Dirt machen. Hier kann man Dirt zu Dirt machen. Geil. Soll ich das mitnehmen? Soll ich das mitnehmen ins Haus? Ja, bauen wir alles ab. Und mach es zu uns rein. Warte. Ich geh mal ins Lagerfeuer. Geht das? Was ist das? Ist das hier Stoning da? Warte, ich schau mal das hier an. Ey, das ist... Ich glaube, wir müssen uns irgendwie mal so eine Art Hitze-Ding einbauen in unserem Haus. Warte. Äh, wenn du dich aufwärmen musst. Ähm. Ich zünde gerade hier das Lagerfeuer an. Bei mir oben auf dem Dach, Julian. Ich hab so viel Stuff jetzt. Warte. Ja, ich hab auch ulti viel Stuff. Leute. Wir wollen heute vielleicht in die Mine schauen. Weil es gibt richtig geilen Stuff in den Mine. Als neue Erze und so. Oh ja, und meine Temperatur wird schon höher, denke ich gerade. Okay. Ja, bei mir wird es gerade richtig niedrig. Es ist draußen schon Winter, pass auf. Wir sollten uns mal irgendwie so aus Wolle Rüstung schaffen. Es gibt nämlich so Wollrüstung. Mit der bist du dann extra hitter-resistent oder so. Oben haben wir nicht hier. Ist nachher gefeiert. Würdigen wir gerade nicht, aber egal. Ähm. Wir müssen Schafe finden. Das ist ganz wichtig. Wir müssen erkunden gehen. Äh. Genau, genau, genau. Ampo. Ähm. Ich hab jetzt ein bisschen Leder. Wir können uns glaube ich... Warte mal, haben wir den normalen... Wo ist den normalen Craften-Tippling gebaut? Äh. Da, 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 ja. Ähm. Macht man so nicht nochmal ein Dings? Ein Item-Frame, genau. Julian, dann können wir immer... Schauen, was gerade hier für den Dings ist. Saison. Oh lol. Jetzt ist gerade was? Herbst, oder? Äh. Ich glaub, das ist Herbst. Äh. Es kommt gerade Winter, glaube ich. Ja, ja, ja. Also wir müssen aufpassen. Warte. Ich lage mal all mein Zeug irgendwo in der Kiste. So eine Trashkiste. Äh. Warte mal. Oh mein Gott. Ich muss mein ganzes Holz umwandeln. Ey. Das nervt mich gar nicht die Hand hier. Aber. Wir sind richtig gut schon am Überleben. Also wenn ich mal zurückdenke zu Folge 1. Wo wir keine Ahnung von irgendwas hatten. Ja. So. Alright. Zack, zack, zack. Und dann mit dem Hammer. So, mach ich mir ne Kiste. Okay. Ähm. Das ist jetzt offiziell meine Trashkiste, wo ich einfach alles rein wirf mal. Warte mal. Wenn das funktioniert, bin ich gut. Hey, wo ist unser Öfen, Julian? Oh. Schau mal. Wo hast du die Ofen gebaut? Herr Öfen? Das sind alle Öfen. Ja, die normalen. Ne, ne. Die gebe ich gerade den Münzer ab. Okay. Gebt mal her. Ich will die Maschine bauen nämlich. Warte, warte. Äh. Ich baue jetzt nämlich. So. Ich baue ne Kiste. Warte. Das ist richtig dumm hier, wenn ich das die ganze Zeit so machen muss. Ähm. Am jedenfalls. Hol man alles. Es gibt noch im Haus gegenüber von dem, wo du warst, noch viel mehr solche Maschinen und Blöcke und so weiter und so fort. Die man benutzen kann. Warte. So. Ich mach mir mal hier. So. Zack, zack, zack. Äh. Ich glaube, das passt irgendwie so. Äh. Dann Hammer. Ne Bloomerie haben wir schon. Und dann fehlt noch eins. Weil ich glaube, ich habe irgendwo zwei drauf. Ist richtig nervig. Wenn du manchmal Pech hast. Und ich glaube sogar einen Eisen haben wir schon. Okay. Genau, das Teil brauche ich noch. Hier. Wieso geht das? Warte, kann ich da oben jetzt abbauen? Äh. Okay, so. Genau. Schau, schau, schau mal. Schau mal. Warte, warte, warte. Hast du einen Slap? Hast du Slap bekommen? Slap? Ne, hab ich nicht. Oh, der ist, der geht auch. Warte, nur damit das nicht so heiße ich ausschauen. Okay. Nun folgendes. Ich habe nämlich gecrafted. Hoppa. So. Zack. Ähm. Wir brauchen jetzt irgendwie erst mal. So. Ich schmeck's mal ein bisschen was von dem. So. Schau mal her. Du kannst es nämlich. Äh. Was? Schau, 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 schau. Okay. Mach mal dort rein. Mach mal dort rein. Mach mal dort rein. Mach's mal rein dort. Hey, hör auf. Und ich glaube dann, ja. Dann kriegst du dort. Nice lol. Ich glaube, das kannst du doch mit anderen Sachen machen. Äh. Kannst du mal ein bisschen Sand farmen? Ich muss mal herausfinden, was das alles ist hier. Hol mal. Warte mal. Warte mal. Hol ich mal ein bisschen Sand. Dann müssen wir mich wappnen. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Du kriegst doch nur Sand. Ähm. Das oder so. Das ist richtig geil eigentlich alles. Warte. So. Zack. Ich habe jetzt ein bisschen Sand hier abgebaut. Nämlich, was ich brauche. Ich baue jetzt hier eine automatische, ähm, Maschine, die automatisch war. Kann ich das hier auch reinmachen? Ich mach mal eine Dörterras. Wie geht dann dort raus? Äh. Shift und raus. Okay. Warte. So. Wollts kann ich das reinmachen? Den ganzen Sand, geht das? Hey, wo ist mein Sand hin? Oh. Du hast ihn. So. Und jetzt hier mit der Schaufel genommen. Dann krieg ich Sand. Dann machen wir ins Glas. Dann machen wir uns mehr Bottles. Und dann haben wir richtig viel von den, äh, Dingern. Warte mal. So. Zack. Haben wir noch, haben wir Diorite? Wir brauchen Diorite. Wir brauchen Diorite. Oh, ich glaube aber, funktioniert der Hopper? So, warte mal. Warte, warte. Ich glaube, hey, geht das? Kann man per Hopper nix reinfiltern oder brauche ich nen Eisenhopper hier rein? Warte. Weißt du das? Ich glaube das, warte mal, ich kann kurz nachschauen was der Hopper. Weil normal sollte es ja eigentlich gehen, oder? Oder von der Seite vielleicht? Ihr seht, das ist, warte mal. Automated with mulch of farmland. Hoppers and power your blows. Ich glaube das geht nur für farmland. Ich glaube, ach so. Warte. Ist das der falsche, glaube ich, oder? Oh, ich bin falsch. Oh, ich bin dumm. Oh, ich habe gerade den Boden abgebaut. Äh. Jedenfalls, was ich machen wollte. Warte mal. So. Oh, das sind meine Bits. Warte, schau mal. Weil ich wollte mit Chiseline Pit hier das machen. Schau mal. Dass wir uns hier, dass wir nicht immer reinfallen. Äh. So. Lol, okay. So in die Richtung. Warte. Dann ist es ein bisschen höher. Und du hast gesagt, äh, hier, schau mal. Was, 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 was? Schau hier, kann ich das jetzt drauf legen? Dann kannst du da immer mit den Bottles das farmen. Ja, schau. Oh, lol. Ach, hier kannst du das, ähm, trocknen, oder wie? Äh, can hold hot flutes. Okay, warte, dann schau auf dich mal. Normale. Haben wir noch Eisen? Ich weiß es nicht. Äh, ich brauche eine Chest, bräuchte ich. Warte mal. Äh, hast du gerade eine? Äh, okay. Okay, der wird rausgefunden, dass, wie man das Ganze macht. Und, ich habe mich noch mal erkundigt. Äh, man kann sich ja Heating Coins craften. Ähm, die richtig gute, warte mal, die müssen wir überall aufstellen. Ähm, eine da. Ich glaube, da brauchen wir einen, äh, Schalter oder irgendwas zum aktivieren. Äh, warte, ich kann craften. Das ist so wie eine, das ist eine Heizung quasi. Warte, ich habe schon. Hast du noch eins? Dann machen wir eins, keine Ahnung, da. Ich habe schon Schalter, ich habe schon Schalter. Äh, dann mache ich eins da hin. So, nein, nein, das kannst du nicht, warte mal. So. Was machen wir jetzt überall hin, ist mir egal. Oh mein Gott, ich brenne. Soll ich es abbauen, soll ich es abbauen, oder? Brauchst du das alles, warte mal. Äh, eins würde ich vielleicht, wir müssen schon so schön verteilt ist. Am Boden wäre es cool, so ist Hitzeboden, aber da brauchen wir irgendwas drüber. Oh. Ja, geil, stimmt, warte mal. Ey, warte mal. Ich habe noch einen Silberblock. Kann ich Silber in Gott? Kann ich Rüstung machen, ne, oder? Warte mal, ich glaube, wir könnten das irgendwie einschmelzen, warte? Ne, schau mal, schau mal, schau mal. Ich kann hier ein Schwert machen aus Silber. Ich weiß noch nicht, wie stark das ist. Ein, äh, 6,5 stärkeres Eisen. Also wenn du hier denkst, nimm mal das. Oh, lol. Ich habe so viel Zeug. Übrigens, was auch richtig geil ist. Wir können Säfte machen. Warte mal, warte mal. Ähm, ich schau auf uns mal. Warte, wie heißt denn das? Ähm, äh, genau so. Okay. Ähm, ich habe, glaube ich, nicht genug Leder für uns beide. Aber, warte, warte, warte. Ich kann das hier folgendermaßen machen. Warte, äh, nö, das nicht. So, jetzt schau mal her. Ja. Das ist so eine, ähm, Flasche. Da kannst du richtig viel Wasser drin lagern. Oh, lol. Da kannst du voll aufdrehen. Oh, mein Gott. Aber es kaufst du mit sechs Leder. Ich hab nur vier Stück. Äh, ich boah aus so, äh, Lade. Du gehst dir richtig für die Spinnen. Was für das Spinnen? Wie klappt man das? Was ist so ein Dach? Und dann habe ich noch irgendwo was zu essen? Wie klappt man das? Ich hab die Spinnen. Äh, die Dings. Ich hoffe, weil wir sterben sich wieder irgendwas dumm. Warte mal. Ich isst die Äpfel. Hast du noch Kartoffeln? Ich hab ein bisschen... Oh! Geh nicht hoch. Geh nicht hoch. Geh nicht hoch. Warte, warte. Ich muss mir jetzt heilen. Ich hab nicht voll Hunger. Ich sag, sie geh nicht hoch. Oh mein Gott, Alter. Ey, das ist so ein Monster. Oh, ich geh. Ich geh als erstes hoch. Ich glaub nicht mehr an. Ist sie nicht stark? Wow! Okay, zwei ersten Schaden. Okay. Okay. Ey, das ist doch echt für die Spinnen. Oh mein Gott. Alles in der Haus-Immersion. Oh mein Gott. Haben sie noch mehr? Unten hinten sind mehr. Komm mit. Komm mit. Ich dachte schon, warum überall die Dings sind. Wie heißt das? Was shoppen die? Spider Fang. Oh mein Gott. Wie riesig die sind. Was für eine Spinne. Komm her. Oh oh. Ich lags. Ich lag. Oh oh. Die schießt mit Gift. Die schießt mit Gift. Ich hab Shampoo grad. Oh oh. Okay, jetzt. Ich bin vergiftet. Ich bin vergiftet. Okay, ich hab's. Ich bin auch vergiftet. Du schießt richtig stark. Du schießt richtig. Ich hab's gekillt. Also ein Zombie mit verzauberten Schwert. Ich trink. Oh, der hat einen Rückstoß. Oh mein Gott. Ach Eloi. Ich glaub ich kann das auch. Warte mal. Wo ist die große Spinne? Oh, ich glaub ich sterb gleich. Ich glaub man ist tot. Ist sie tot? Ja, ich hab's gekillt. Ich hab's gekillt. Nein, hier ist noch rein. Hier ist noch rein. Ich hab ein halbes Herz, Flo. Pass auf. Ja, ich auch. Okay, ganz ruhig. Ähm. Ich rein jetzt nach Hause. Ich rein jetzt nach Hause. Und. Ich hab auch kein Essen mehr. Ah! Ich hab auch kein Essen mehr. Ja, ja, ja. Warte mal. Ich füll das mal auf. Mit Wasser. Wir sind super Ninja-Zombie. Keine Ahnung. Okay. Also so rauskriegt die komisch aus mit diesem Dings da oben drauf. Okay. Kann ich das schmelzen? Äh. Water Canteen. Es geht nicht. Wie kann ich das verbessern? Mit dem Sharkol-Filter. Oh, und geht super simpel. Ich halt einfach mal unsere Absage abfeuert. Nicht das zu sterben hab ich abbaut. Äh. Warte. Ich brauch ein bisschen Zucker. Äh. Ein bisschen Papier, meine ich. Hast du Papier? Äh. Ne. Aber schon. Schucker-Cains. Zack. 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 Ja. So geil. Warte mal. Äh. Zack. Hey, das kann man gar nicht craften. Braucht man seine Spitäl-Table? Was da? Wie craftet man Papier? Mit drei Dings? Oder warte? Ich schau mal nach. Ich schau mal nach. Hey, es geht nicht. Wie mach ich Papier? Pulp. Pulp. Soaking-Pot. Gibt den Schucker-Cain? Pulp. Ich hab's. Ich hab's. Gib einfach hier. Ich hab's irgendwo hingejobbt. Äh, da. Mach mal. Ich brauch das. Oh mein Gott. Jetzt kommt der Experte. Du nimmst dir hier Wasser. Schau. Du nimmst hier Wasser. Gib's den Soaking-Pot rein. Du nimmst hier noch mal Wasser. Ey, wir haben kein Essen mehr, gell? Jetzt machst du's so. Warte, warte, warte. Jetzt machst du's so. Und nachher machst du's so. Haben wir noch Potatoes? Ey, ich bin ja immer noch ein bis her. Es wird schon was. Wir haben nichts zu essen, Julian. Äh, äh, ja. Und es ist auch ne große Spinne neben unserem Haus. Ich brauch noch ein bisschen was zu essen. Soll ich Schweinekühlen gehen? Ich mach irgendwas. Ich hab nur nicht mal ein einziges Tier gesehen hier. Ich geh jetzt Schweinekühlen. Ich esse die Äpfel, okay? Ach so, du wandst es hier um. Okay, okay, okay. Ich verstehe, okay? Äh, alles klar. Oh, oh. Spinne. Nirgenden Fisch. Ich geh mal wieder Schweinekühlen, gell? Am Berg oben. Lass Cut machen. Oh mein Gott, okay. Und die hat unsere Kartoffeln. Oh mein Gott, die schießt, die schießt. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich hab ein Dings. Warte, warte. Äh, Flashcooking, äh, Dings. Okay, ich hab sie. Hast du sie? Nein. Aber wo was droppen die? Spider Fang. Du kannst hier ein Spinnenschwert craften. Warte mal. Äh, ich muss kurz Potatoes aufsammeln. So, zack, zack, zack. Wir brauchen neues Essen. Ähm. Schmeiß, äh. Ich schmeiß es gerade. Ich hoffe, das geht. Äh, das ist gesund. Und? Ja, ja, nice. Okay, ich glaub, ihr habt genug essen. Wir können hier in die Mine gehen. Ihr scheint es relativ weit reinzugehen. Was ist für ein Erz, warte? So ein Erz, ja. Ich warte noch kurz, dass sie fertig ist. Äh. Warte, ich muss noch anzünden. Bauen wir Potato Mulch? Nee, oder? Bauen wir nicht. Warte. Aber Beetroot ist nicht so gut, oder? Alright. Ja, es geht. Es ist nicht so gut. Okay. Wir bauen uns einfach selber an, alles. Okay, ich komm jetzt zurück. Warte, so. Und, äh, Leute, wir sind die Tür abgebaut. So, was? Welche Tür, hä? Wir hatten mal eine Hintertür da. Achso, Leute. Hacke jetzt sowas. Äh, ich mach mal mehr dazu. Geht das? Oh, ruhig. Du kannst doch hier verschmelzen. Warte. Warte, was ihr jetzt machen wollt? Was ihr jetzt machen wollt? Was ihr jetzt machen wollt? Kann ich das verbinden? Geht das? Äh, ja. Ich bin mir ganz sicher. Hier hast du ein, äh, anzünderwerkzeug. Ähm, was wollte ich jetzt machen? Äh, einen zweiten Ofen noch irgendwo hinbauen? Ähm, könntest du. Vielleicht, ähm, da oben? Keine Ahnung. So, schmelzen wir hier nochmal. Ich hab, äh, Mythril-Ohr gefunden. Oh. Da kannst du dir... Oh, schau mal. Na, schau mal. Okay, das ist gut. Äh, was? Warte, ich pack's mit in die Kiste. Oh, Leute. Oh, übrigens. Warte mal. Wir können jetzt hier mit Papier und dem den Scharkolfilter machen. Damit wir quasi... Geht das? Äh, war das so? Ne, weil ich glaube, dann war's übereinander, oder? Ja, okay. Und damit kann ich jetzt hier mein Wasser filtern, oder? Genau. Purified, okay. Ähm, ganz... Guck mal hier, das. Das brauchst du, damit du deine Wasserkanne filtern kannst. Aber du hast noch keine, also ist egal. Ähm, was ist das? Okay, wir haben so viel Zeug, weil ich lage immer alles ein. Meine Heating Coils. Irgendwenn ich die auch ein bisschen spitze. Wenn du brauchst, kannst du sie nehmen. Okay, lol. Ähm, Eisen. Eisen lag ich auch einfach mal ein da. Ich meine, warum denn auch nicht? So, zack, okay. Kann man Beetroot schmelzen, ne, oder? So. Okay, hab jetzt auch Karotten, das ist richtig gut. Ist schon Winter? Ey, wir haben wirklich Winter schon. Ähm, ja gut, Leute, ich will mal in dir schon das ankommen. Oh, mein. Lass mal ein Ding um hoch, dafür mit Minecraft Revival. Alter, Leute, kein Spaß. Ja. Die spinnen, Alter. Was waren das für Dinger? Wir fassen uns Storben. Ich hoffe, was kann passieren mit der Zeit, dass, ähm, wenn man zu lange drinnen bleibt, hier in den Häusern, äh, dann kommen die und Grafen an, oder so. Ja. So. Okay, egal. Nächstes Folge haben wir den Turm. Ja, wie gesagt. Bis zum nächsten Mal abonniert uns. Ciao, ciao. Wir kommen vorbei für die saftig T-Shirts. Ciao, Leute. Ciao. Ciao,波 This week. Ciao, machinery. Ciao,zessini.